Guten Tag, hier ist Peter Schubert von der Firma Isabella K, ihrem überregionalen Einrichter. Und ich darf Ihnen heute ein ganz besonderes Sofa zeigen, nämlich das Nova von Rolf Benz, auf dem ich hier gerade sitze. Was ist daran so Besonderes? Wir schauen es uns gleich mal an. Neben einem wirklich sehr bequemen Sitzaufbau können Sie bei diesem Sofa die Rückenlehnen stufenlos nach hinten verstellen. Ich demonstriere das hier gerade mal und nicht nur nach oben, sondern mittels dieser Schlaufe und Gasdruckfeder auch stufenlos nach hinten. Und wie man hier sieht, kann man also sehr, sehr schnell bequeme Sitzpositionen einnehmen. Das Ganze geht natürlich auch auf den Nachbarsitz und man kann, wenn man will, als Paar oder zwei Personen, die sich drauf befinden, ganz verschiedene Varianten durchspielen, sodass der eine sitzt, der andere liegt oder beide liegen, wie auch immer. Aber mehr noch zu den Funktionen. Ich kann hier mit der Lehne noch weiter nach hinten gehen und die Nova hat zwei Gelenke in ihrem Rückenaufbau. Sie können also mit zwei Gelenken hier arbeiten. Und wie man jetzt hier sieht, kann der ganze Sitz auch noch weiter nach vorne geschoben werden. Was ist der Sinn dahinter? Ganz einfach, Sie können ja bei der Nova bis in den Liegebereich gehen. Man kann also wirklich durchaus auch mal drauf schlafen. Und dazu ist es natürlich praktisch, wenn man den ganzen Sitz nach vorne schieben kann. So zielig das Nova sein mag, es ist zwei Meter und zwei breit, es wiegt knapp über 100 Kilo. Also ein sehr solider Metallrahmenaufbau, den Wolf Benz hier abliefert. Und zum Schluss möchte ich noch eine Ergänzung einfügen. Wenn man so sitzt, ist natürlich die Frage, wo lege ich meine kleinen Teile, die man heute so hat, mein iPhone, mein Handy, was auch immer ab. Und da gibt es sehr schöne kleine Tische, die man einfach daneben stellen kann in ganz verschiedensten Ausführungen. Und somit steht eigentlich an dem gemütlichen Abend überhaupt nichts im Weg. Vielen Dank, wir freuen uns wie immer auf Ihre Fragen und Tschüss.